noch mehr aktisches da steht holt den weißen Ritter zurück denn nur er kann den Weg öffnen und ich weiß auch genau wo er ist der Punkt mhm das schlecht geht nur wenn Roland dabei ist gut dass ich die Story noch nicht gespielt habe nicht? da ist sicher vier die Szenen nicht gezahlt das war ich noch mit dem komischen Nein! Nein! mit dem komischen Nein! ja, ich spoilers kann okay die geben aber auch schon hart viel XP wieviel stand da 900? bei mir schon 500 ich weiß gar nicht, ja 500 kann aus sein oder? Ne, ich glaub man ist nur die Brücke dann... ja, man ist nur die Brücke der Wald weiter Kisten loll nice 1500 K ist wieviel? eine Million? zehn Millionen? warte mal die kamen bestimmt alle gut alles gut alles gut okay lol da oh nein oh nein da kommen wieder diese Drecksgeister oh ne warte waren das die gegen Feuer und Dings glaube ich ne, feuer feuer haut bei denen ganz schön weit bei den Geistern war nur Feuer ja und bei denen mit Schild ist es explosiv ja die sind resistent gegen vorne die sind noch so ein kleines Scheiß ja, komm aus deinem Grab raus wow, gepanzert ja, wie windig schade ich ihn mach nein ich bin tot aus irgendeinem Grunde ich weiß nicht wieso äh, du wurdest von der Axt abgeworfen ach, da hinten der scheiß boah, ich hab gehört der so zum Glück stehen hier überall so viele Kisten rum brauchst du noch Granaten? die kann ich nicht für dich aufheben ja, ich komm gleich mal Alter, hast du hier schon wieder los? Alter äh, ganz dicker äh, ganz dicker hast du ihn was lecken ah oh nein, jetzt kommen wieder diese Geistern ja Alter äh äh der Tod, das bin ich nice hau ab du ja, also Arketen erforscht gegen die Dinger auf jeden Fall sehr effizient ich komme nein, hab ich ihn gar nicht gefühlt da steht wieder auf nein boah den muss man glaube ich das Schwert irgendwie aus dem Rücken rausziehen ja, ich glaube auch hier ist alles schwer draus ja ich muss vielleicht erst mal ihn tun ja, das ist... ne, glaube ich nicht, das ist ein dummer Weg AAH AAH wenn hier jemand beider ist, dann ich du hast einen gut bei mir Alter oh oh, nicht gerade schlecht die Gap, die er gedroppt hat ja, die macht glaube ich viel, viel mehr Schaden als meine Conference Call was ist denn das? Ach ne Shutgun, ey, da... oder? ja freu ich nicht, unbedingt Feuerrate 0,7 und die hat 4,0 da kann ich mir mal kurz ausprobieren na, ich probier mal aus vielleicht hinter und zwischen den Gegner oh, was liegt die denn? alter Schwede haut die beiden Skeletten rein oh, falsch, ja Gibt's eigentlich Explosions-Sniper? Frage ich mich gar nicht mehr es gibt eine legendäre aber sonst was, dass wir eine legendäre gibt warte mir, sieh irgendwie falsch aber wir können trotzdem mehr hingehen, vielleicht gibt's irgendwas cooles oh ja, Waffenkiste und Borderlands-Symbol was bringt das eigentlich, wenn man die findet? keine Ahnung, vielleicht Badass-Punkte oder sowas was haben wir hier denn? 17 Prozent, das wollen ich, das ist ein bisschen wenig 12.000 Amp-Image äh, eigentlich ist hier nur scheiße wussten wir hier denn nicht lang? ja, ja, müssen wir hier, da wo du lang bist doch hier, doch hier ich komme aufzuweisen, verdammt hier schon die zwei komischen Türme halt irgendwie was von Herr der Ringe stimmt boah, ich hab den glaube ich einmal gesehen, den, den Herr der Ringe, die zwei Türme aber ich hab schon wieder alles vergessen ich muss mal alle drei Filme angucken ich glaube ich hab den noch nie ganz geguckt so wird's mir auch weil zwischendurch zieht er sich einfach nur hin und dann ist er nicht mehr so interessant und dann auch oh mein Gott und dann auch ich jetzt später locker krach ja, er hat wieder sein Geschütz dabei oh alter, Schott kann auch bei dem schon ganz schön weit nice 503 EP ach da wo? da also Feuer bringt's bei dem mehr nice ich kämpfe wie ein echter Ritter ja he he shorty, ihr seid ein Ass ich schulde euch was oh, Errungenschaft freigeschaltet ja das ist ein Ja oh, er hat selbst den weißen Ritter vorgestellt, okay ja, auf jeden los gehen wir Folge Roland hier geht hier geht hier geht der Königin wer war das wohl wer ist diese Königin überhaupt wen suchen wir eigentlich sie ist die schönste Frau in der Geschichte aller Zeiten schon nicht mehr wow das bringt mich jetzt echt voll null weiter wo hast du den Buff her da war er Waffenschreien ach so hab ich mir mal geholt alter wie die Schott kann die einfach übelst wenn die bisschen schneller schießen würde aber die verbraucht 4 Muni pro Schuss deswegen ist sie ein bisschen ja wie sieht der voll anders aus ja wegen der komischen schwulen Haube wahrscheinlich und der komischen Rüstung mh oh mh 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 Joining mh meine Patronen sind keine Zauberei aber billig sind sie ö oh ja natürlich wie immer so übel starke mgs rauskommen also ich fand den wald hier auch cool als er ganz am anfang als er gerade reingekommen ist die blumen überall rumstanden ich fand das so geil und da oben kann ich noch dran erinnern das war dann das letzte ich weiß dass alleine sauschwer war zum glücklichen speicherteilen was denn das für ein ort hier hat der baum des lebens in der ersten wurzel geschlagen im baum vereinigen sich alle guten und natürlichen magien der welt hierher muss die königin gekommen sein um den fluch des hexers zu brechen die königin ist aber nicht hier die schrift besagt wir könnten den fluch mit einem einfachen ritual selbst brechen gibt mir die blutfrüchte wir werden den fluch brechen und dann die königin selbst finden ach ne wir haben nur zwei auf das tor geschmiert ich würde schon sagen wir haben gar keine mehr ach mit der nehmert zu oh oh ne der nicht oh oh okay das ist cool Ja. Pass auf, die großen Typen, die hauen richtig rein. Ach, das sind mehrere... Oh. Okay, ewiger Skellerator, der ist jetzt nicht so schwer. Der ist down. Oder doch, ne. Ja, doch. Ich zieh ihm das schwer draus. Nein. Nimm ihn links von dir. Alter, ich war wieder Hammerschnitt tot. Boah. Den musst du eigentlich das Schwert draus ziehen. Als ich das erste Mal gemacht habe, habe ich den nie das Schwert draus gezogen. Das sind dann so viele geworden. Das muss man ja auch erst mal wissen. Ja, das stimmt. Ich komme. Alter, der ist so behindert, wenn der Typ seine Laseraugen anhat und euch anvisiert dann. Und schwer draus ziehen. So, muss ich aufpassen. Jetzt fliegt der Kopf von dem Vollidioten auch noch rum. Ja, Errungenschaft. Und die ist so, was? Oh, ja, der Kopf. Der Kopf hat mich geschlagen. Was ihr seht, ist nur Täuschung. Der Tod. Das stimmt. Der Kopf hat mich geschlagen. Aber das ist so, was wir tun. Und die haben uns jetzt die Schwert. Manche sie jetzt das, was so schwer ist, oder kommt der gleich noch in Gas? das ist nicht der einzige Typ komm schon, stirb, du Penner genau das war das Tor, wenn du hier stirbst dann kannst du, wenn du die Typen tötest, bringt es dir nix, weil du musst nein boah, ich hasse es, kann ich den jetzt nicht einfach ja, das ja, toll, der bringt mir sehr viel, wenn ich den töte ja, das ist das Problem nein, danke ähm ich lock sie von dir weg oh nein, ich bin tot das ist dann fail komm schon, du Scheißkleid, stopp nein, jetzt muss ich es nachladen, ey, das ist da da ist ein Ding schon fast tot ja, den habe ich sehr gut wir müssen den Scheißkopf mal töten und der ist schon tot nein der greift mich gleich wieder an der ist schneller als alle anderen ich wurde wieder ich wurde wieder warte, da ist der Scheißkopf der Kopf ist eh nicht mehr nein, geh weg von mir Alter äh der Scheißkopf einfach mal hart resistent ist woher der oh der alter ich brauche mal ganz kurz sowas wie Munition oder so ja, ich habe den Kopf, ich habe den Kopf ja wah und zieh das Scheißkopf raus alter ähm den Typ meine ich unter anderem auch hä noch ein zweiter ja, ne ist das derselbe ne, oder nein, das ist ein anderer oh oh locker ja, den musst du halt ein bisschen durch die Map halten wow der ist schon down oh nein, jetzt kommt wieder der Kopf ähm der ist schon wieder gut alter ähm ähm ich brauche sie hier ich brauche sie hier das wird knapp, das wird knapp und hier schnell rausziehen nice wo ist der Scheißkopf boah wo ist der Scheißkopf wo ist der Scheißkopf da fliegt der hinten rum alter ähm jetzt mich verarschen aber wenn der nicht gegen alles resistent wäre, weißt, dann wäre das ja nicht so schwierig ich sehe ich gar nicht wo ist der Scheißkopf wieder beliebbar ist schon schnell alter der Kopf der ist so ist der ist der gegen Feuer resistent also gegen Schock ist er auf jeden Fall feuer ich glaube ich auch ja, feuer auch boah boah wenn man erzieht die Double Penetrated Dingens Herald ich hab nur die normale aber die bringt auch nicht wirklich viel mein Raketenärfer hat keine Muni mehr das ist schlecht wieder da ok das Kopf der Kopf ist das schwierigste daran ist einfach das schwierigste den zu bekommen die Tüten zu besiegen oh ich hab einen Skillpunkt stimmt ja ähm das wollte ich wir sind Medi-Bits stopp du Scheißkopf boah Medi-Kit Medi-Kit hast du den Kopf oder ach der ist er boah ey der fliegt einfach durch einen durch und dann komm schau schnell aber ich hab den Kopf ja boah das Problem ist ist das falls die Munizierung brauchst du es hier ne ja das ist nur ein komischer Buff boah ja jetzt hat ihr Laserstrahlen gönn dir äh lol alter ich muss ja mal klarkommen wer jetzt welche Waffe ok ok